Ich heiße William Shatner und ich war Captain auf dem Raumschiff Enterprise. Ich war aber nicht der einzige Captain. Es gab noch Patrick Stewart, Avery Brooks, Kate Mulgrew, Scott Bakula und zuletzt Chris Pine. Das sind einige, aber es gab ja auch viel Star Trek. Auf geht's. Zeig es mir. Bist du sicher? Ich könnte nicht sicherer sein. Gib mir die Hand. Captain Kirk, hä? Wir müssen das hier ernster nehmen. Wir sind nicht zum Spaß hier. All day long, I biddy biddy bum. Biddy 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 bum. Here you are at home. So happy. Wer sind diese Captains? Es ist eine Entdeckungsreise. The Captains.